Leute, ich hab's wirklich gut. Wir spielen heute Bad Wars und dann würde ich sagen, bis gleich. Dieses Video wird jetzt auch vorproduziert sein, denn wie ihr ja wisst, werden ich jetzt bald in Amerika. So, auf jeden Fall bin ich da drüber jetzt mal froh. Und ja, ich tue es gerade gerne vorproduzieren. Ja, das muss ich leider zu machen. Deswegen. Ähm. Ja. Gib mir doch ein bisschen mal Prost. Ich brauch mehr als du. Heute geht's im Flash Royale. Ne, war's Spaß. Mein Stick rasiert gerade richtig. Oh Gott. Manchmal muss ich einfach sprinten. Guck. Ab jetzt spring ich wirklich nicht mehr. Da denken die Leute, ich kann nicht mehr spüren, ey. Das geht voll auf. Oh. Ich bin halt noch nie. Und dann dürft ihr am Ende der Folge sagen, ob ich die Challenge bestanden habe oder nicht. Oh. Wie lange durch. Okay. Dann warte ich aufs Pult. Jetzt geht's hier ums Gold, ey. Jetzt brauch ich auch mal was. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Sprinten, 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 sprinten. Schnell bo 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 bo. So. Heute ist ja erst April, wo ich dieses Video vorkommensiere. So ein paar Blöcke. Ich hab's jetzt mit Absicht blockiert, Blöcke, natürlich. Jetzt muss ich gleich noch was essen und mir ruhig stimmen. Komm, ich will zum Bofen mein Team. Ich hab's noch mal, ich hab's noch mal, ich hab's noch mal. Team, 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 Team. Team, 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 Team. Ich war ja in der Beste, deswegen bin ich auch gesprint. und wir wisst ich will ich tun ich bin nicht jeden tag am pc und sagt minecraft ich bin nicht mehr so minecraft kiddie aber nimmt trotzdem auch noch gerne auf weil es mir auch ein bisschen noch bock macht das hier halt aufzunehmen und euch gefallen natürlich auch die videos aber ich bin halt es nicht mehr dass minecraft kiddie wo ich früher mal war ja das haben wir halt so macht heute muss ich drei videos war produzieren weil ich die kommen alle zu uns jetzt gehe ich mal zu einem so einfach mal einer ein bett holen von einem team werde ich mal müde die sind alle so nice eingebaut und wer dann gesagt hat ja ich habe die challenge bestanden der schreibt er steckt challenge rein wir brauchen gold wir brauchen gold die runde kann ich nicht zu ende spielen aber guck mal wir haben drei das niemand hat ein bett von sich los und wir sind schon in der achten muss ich mache es jetzt so wie einmal jetzt packt es irgendwie wieder nein was packt es zur zeit im aufnahmenprogramm ach so ich weiß was ja das ist doch jetzt fertig oder entfernen aber das soll jetzt alles entfernt werden tschau leute hey was geht denn jetzt ab ich muss jetzt einfach irgendwie gucken dann kannst du jetzt halt nachher alles raus also leute tschau konnichiwo 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 Vielen Dank.